Klein aber fein herzlich willkommen zur Coldwater Challenge vom Musikverein Hirsching. Liebe Freunde von der Stadtkapelle Traun, wir bedanken uns recht herzlich für die Nominierung bei euch. Leider habt ihr uns gut in der Sommerpause erwischt, aber trotzdem haben wir keine Kosten und Mühen geschaut, ein paar Musiker zu mobilisieren, dass wir euch eine kleine Etabbildung bringen können. Jetzt ist von uns ein paar Takte von drei weißen Birken. Eins, zwei, zwei, zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die Musikfreunde, das war der Beitrag vom Musikverein Hörsching und wir kommen jetzt gleich zu den Nominierungen, zu den neuen drei Musikvereinen. Wir nominieren jetzt die Trachtenkapelle Ofterling, den Musikverein Weiskirchen der Traun und den Musikverein Langholzfeld. Viel Spaß wünsche ich euch.